Moin Leute, ich begrüße euch ganz herzlich in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, wir sind heute im Freibad, das heißt es ist ein Freie und Hallenbad. Das Hallenbad hat jetzt im Sommer geschlossen, dafür ist das Freibad freigegeben und es ist so 2 in 1. Und ich bin jetzt schon da und würde ich sagen, stellen wir uns mal ins Getümmel. So, ein kleiner Zeitsprung, es ist jetzt Abend mittlerweile, glaubt halb 7. Und wir essen jetzt erstmal etwas Nicken. Du bist ein wunderbarer, unglaublicher Junge. Und Leute, wir waren gerade mal richtig aktiv, wir waren mal richtig bock und locktiv. Wir haben in der Küche die kompletten Fensterwinkel leer geholt. Wir haben da noch die Fenster geputzt und unten bei der Küche haben wir so ran, da ist, glaub ich hab euch das schon mal gezeigt, die Küche. Und da haben wir auch noch mal komplett die Runtersen geputzt, alles geputzt und mal richtig aufgeräumt, richtig gecleanet und richtig sauber gemacht. Und dementsprechend bin ich jetzt auch im Arsch. Aber ich nehm euch noch ein bisschen über den Arm mit. Yay, let's go! Ja, Leute, es ist jetzt später am Abend, ich will gleich noch ein bisschen was gucken. Also noch ein bisschen Fernsehgucken oder Netflix oder so. Aber bevor ich das mach, wollte ich noch ein bisschen mit euch batschen. Es gibt nämlich noch eins, zwei, noch drei Themen, weil ich noch ein bisschen mit euch bequatschen wollte. Moment, 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 Moment. Moment, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. Ja, was man halt so drin hat, also jetzt ist besser, also. Ähm, die gehen wir mal am besten hin. Ja, gut, also. Mach's mal. Also, Punkt Nummer eins, ähm, ich, wenn ihr das seht, ist Sonntag, heute Samstag, ein Tag davor. Und ich versuch das jetzt dann noch zu ändern und zu schneiden, sodass es dann morgen am Sonntag online kommt. Ähm, also Punkt eins. Ich fahr überraschend, das ist wirklich sehr überraschend, das will ich heute selbst erst erfahren. Ich fahr am Donnerstag, also je nachdem, wie ihr es seht, wenn ihr es direkt am Sonntag seht, dann sind es nur vier Tage. Ähm, ich fahr am Donnerstag, den 23. für paar Tage in den Kurzurlaub. Hier in Deutschland, an der Nordsee. Und, ja, ähm, da fahr ich in die Nordsee. Kleiner Urlaub mit ein paar Leuten. Wird cool, ich freu mich echt drauf, das ist echt spontan entstanden. Und ich nehm euch ein bisschen mit, film da ein bisschen. Und dann machen wir uns eine schöne Zeit. Ja, der nächste Punkt ist, ähm, Videotage. Videotage, hatte ich auch mal gesagt, dass auf jeden Fall Sonntag immer Videos online kommen. Also, das bleiben. Sonntag kommt ein Video online. Immer, also ich versuche immer, dass Sonntags Video online kommt. Ich kann es nicht versprechen. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Und... Mal kurz wechseln die Kamera. Oh, dann ist es mir schwer. Und dann versuche ich noch in der Woche zu machen. Aber das kann ich euch auch noch nicht ganz genau garantieren. Und ja. Ne. Ne. Das ist halt so das. Aber ich verspreche euch. Und ich mach das echt gern für euch. Mir macht das echt wieder Spaß, das so zu machen. Sorry, dass jetzt so lange kein Video online kam. Aber ich hatte viel zu tun. Das erzähle ich euch im nächsten Punkt. Und würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zum nächsten Punkt. Ja, Leute. Der nächste Punkt ist, ähm, was ist los? Und wie geht es weiter? Also Videotage habe ich schon gesagt. Sonntags und vielleicht immer in der Woche noch. Aber muss ich einfach gucken, wie es bei mir ist, was bei mir anliegt, was bei mir los ist. Und ja. Auf jeden Fall Sonntags. Und was war los? Auf jeden Fall war los. Ähm. Ich habe mir jetzt einen Beruf angeguckt. Im Lager bereits. Und da werde ich aber im separaten Video immer drauf eingehen. Alles nochmal ganz genau. Um euch ganz normal was sagen. Wann es los geht und alles. Das werde ich auch noch im separaten Video erzählen. Mal separat darauf eingehen. Und dazu können wir auch gerne Fragen stellen. Und. Jo. Ich würde sagen, wenn ich nichts vergessen habe. Was ist das eigentlich, Leute? Wir machen uns jetzt nochmal snacken und gucken noch ein bisschen Netflix. Ja, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich das Video. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Also. Oh!